Ich bin sehr berührt. Arasch hat das wunderbar gemacht. Er ist ein wunderbarer Regisseur. Man soll den Film anschauen, weil er so schön ist und sehenswert. Ich würde das gar nicht mit einer Botschaft verbinden. Wenn man den Film gesehen hat, weiß man, alles ist genug. Der Film erinnert mich an einen Lieblingsfilm, die Nacht des Jägers. Das ist auch so voller Poesie. Also ich bin ganz begeistert. Bitte machen wir die Tür auf. Mama! Komm, Mama, mach die Tür auf! Und das ist die Ruth. Deine neue Pflegemama. Hallo. Oskar Lilly. Oskar, ich werde dich finden. Egal wo sie dich hinbringen. Wo ist das Fleisch? Oskar, wir sind Vegetarier. Kann es ja nicht Vegetarier sein, der auch Fleisch ist? Ich will, dass es dir gut geht, Oskar. Ich will auch, dass es dir gut geht.